Auf der ganzen Welt haben Geocacher kleine Schätze die sogenannten Geocaches versteckt. Mit Hilfe eines GPS-Empfängers und den passenden Koordinaten kannst du den Cache finden. Geocaching ist ein besonderes Outdoor-Erlebnis, bei dem jeder mitmachen kann. Dabei genießt du die Natur und entdeckst Orte, die dir normalerweise verborgen bleiben. Du startest, indem du dir auf der geocaching.com-Seite einen Geocache aussuchst, die Cache-Beschreibung liest und die Koordinaten in deinen GPS-Empfänger überträgst. Cachen kann man am Tag und sogar bei Nacht. Hier ist die richtige Ausrüstung wie zum Beispiel eine gute Taschenlampe besonders wichtig, denn oft zeigen dir Reflektoren den richtigen Weg. Geocaches können zu Land, zu Wasser und auch in luftiger Höhe versteckt sein. Die Verstecke sind oft sehr unterschiedlich getarnt, wodurch die Suche besonders abwechslungsreich wird. Zum Schutz des Caches solltest du darauf achten, dass dich niemand beim Heben beobachtet. Wenn du den Cache geborgen hast, kannst du dich im Logbuch verewigen. Trage dazu einfach deinen Cacher-Namen mit Zeit und Datum ein und fertig ist der Log. Im Container sind häufig kleinere Tauschgegenstände, die du gerne gegen einen gleichwertigen Gegenstand eintauschen darfst. Falls vorhanden, kannst du auch einen Trackable loggen oder sogar einen eigenen auf die Reise schicken. Geocacher lieben die Natur und schützen sie auch. Für uns gehört es zum Ehrenkodex, dass beispielsweise herumliegender Müll einfach eingesammelt wird. Cash-In, Trash-Out ist das Motto. Wieder zu Hause kannst du auf geocaching.com deinen Fund eintragen und dich mit der Community austauschen. Geocaching funktioniert am besten mit einem GPS-Gerät. Du kannst natürlich auch ein GPS-fähiges Smartphone benutzen, allerdings ist ein GPS-Gerät genauer und der Akku hält länger. Wenn du ein wenig Erfahrung im Geocaching gesammelt hast, kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und eigene Caches basteln und verstecken. Alles, was du dazu benötigst, findest du bei MrCache im Online-Shop. Geocaching verbindet Technik und Natur. Geocaching ist gut für Körper und Geist. Geocaching macht süchtig.